Hallo und herzlich willkommen, ich bin's wieder, euer Korn und wir sind hier zurück bei Move or Die mit dem SJ, dem Maeve und dem Pilz am Fuß. Wenn ich mich nicht bewege, sterbe ich. Hallo. Wirklich? Das ist wie dieser Film mit dem Bus, wo die Bombe drin ist. Speed, meinst du? Ja, Speed ist es. Ja, Maeve. Maeve, mach doch mal ready. Ich, ich, okay. Gibt es von dem Film mit der Bombe im Bus, gibt es da nicht nur South Park-Verarsche von? Weiß ich gar nicht. Mein Spiel ist wieder abgestürzt. Gut, Morgi. Neustart, danke. Gut, wir bleiben. Was ist denn da los? Ich warte auf dich, Morgi, wir sind aber hier im Part. Wir warten jetzt zusammen auf dich. Oh, ja. Alle Mann. Und ich hoffe für dich, du hast einen Grund für deine... Warum ist Maeve's doppelt drin? Ich kann nichts machen, was ist denn hier? Alter, was ist denn da los? Der Server ist voll, ich kann da nicht... Oh, jetzt kannst du. Jetzt kannst du. Jetzt kann ich auch nochmal, oder? Leute, so passiert Move or Die hinter den Kulissen. Ja, Work in Progress und so, ne? Wenn Maeve so fett ist, dass er zweimal drin ist, dann wisst ihr, irgendwas läuft falsch. Wobei... Eigentlich ziemlich realistisch das Spiel, ne? Ich wusste gar nicht, dass es so realistisch ist. Maeve ist das Arschloch. Maeve ist das Arschloch. Wer ist denn der Liede? Das ist Maeve. Maeve ist das Arschloch hier. Geh weg. Maeve ist das Arschloch. Kleines Arschloch. Sei nicht traurig. Sei nicht traurig. Kleines Arschloch. Kleiner Pilz. Sei am Fuß. Das gewinnst du nicht, das gewinnst du nicht, Conny Alter, locker, Evie, von der Hüfte weg Und jetzt geht er schon wieder in Führung Wisst ihr, das ist das Problem, dass Conny die ersten paar Spiele gewinnt Da ist er schon so zuversichtlich Wir haben Wir haben sehr viel Offscreen Wir haben sehr viel Offscreen gespielt Aber wenn ihr sehr spannende Matches sehen wollt Könnt ihr in der Beschreibung gucken Bei den Maeve Rhinos Und bei den Werten MOG Aufzählen Das gewinn ich, das gewinn ich Was? Maeve war vorne, die ganze Zeit Mein Internet entscheidet Voll das Internet ist ne Bitch Aber richtig, der hat voll was gegen Toastbrote Ja, das gesucht Das war voll die gute Taktik gerade Aber ich hab dich richtig ausgekontert Hab ich dich Ich bin auf seinen Kopf gesprungen Oh ja, der Maeve hat da ein gutes Angebot, Leute Move Bitch, get out the way Get out the way Bitch, get out the Way Wer, wer ist Ah, Maeve ist der Liederne, okay Ich bin ein Appagattern neiggegeben Ah, Conny Wer hat Angst vom Taliban Wer hat Angst vom Taliban Wer hat Angst vom Taliban Niemand Und wenn er, er kommt nicht hoch Das Spiel funktioniert bei mir nicht Was ist denn los? Du hast jetzt die Bombe Ich berühr, Alter Ich berühr euch so lange Du hast jetzt die Bombe Ja, ich weiß Wie kommen sie an den Schuss Weil ich jetzt nicht erwischen kann Ey, Conny, warum hast du die Bombe? Alter, das gibt's doch nicht Was ist? Ihr versteht dieses Spiel nicht Ihr versteht das Spiel nicht Ich hab mich auch berührt Das Spiel ist scheiße Du bist scheiße Halt den Zug Geh auf Geh auf den Balkon, Alter Ja, war klar Ich bin vorbeigesprungen Wie schmeckt dir das zu Brot? Welchen Aufstrich magst du denn am liebsten, Brot, Freund? Nein Nutella-Aufstrich Nutella oder Nuss Nougat-Creme von keinem Markenhersteller Richtig, das N-U-T-T-E-L-L Toll, danke Jetzt hat der Nutella gesagt, oder was? Jetzt muss ich hier Product Placement ankennzeichnen Ach, als ob Ferraro sich bei dir für Product Placement melden würde Hallo, die haben mich gesehen und dachten sich Wow Gelb gewinnt, voll easy Oh, gar nicht Oh, shit Was ist denn da los? Der war gut, Mock Der war gut Ich hab das Zuspiel erkannt, was du da getan hast So, jetzt Okay, jetzt kommt der Wahresbilanz Durch meinen angestammten Platz wieder zurück Danke Okay, Ladies and Gentlemen Fuck Danke, Malf Ich weiß das sehr zu schätzen Da hab ich alles riskiert Oh mein Gott Mann, da hab ich alles riskiert Wurde leider nicht belohnt Aber das passt schon Okay 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 Lass mich durch Alter, der hat da mich verarscht Oh, ich würde dieses Spiel so gerne mal gewinnen Wieso bist du denn in die Blöcke reingelaufen? Ich kann das Spiel nicht Der Druck wird mir zu groß Das ist wie mit der Hose, die ich mir vor zwei Jahren gekauft hab Der Druck ist einfach zu groß Der geht nicht mehr zu Ja, das liegt einfach nicht daran, dass Sondern daran, dass Ich sag ja nicht, dass die Hose schuld ist, aber Wer sie besser verarbeitet Da kommt man nicht mehr hoch Doch, da kommt man hoch Sag mal Seht ihr das? Ja Ich versuch ranzuzoomen, wenn ich's nicht vergesse Alter Oh mein Gott Oh mein, oh mein Gott Das Spiel eigentlich immer Warum bin ich da immer Opfer von irgendeinem Bug? Was hast du denn gemacht? Ja, die sind beide auf mich draufgehofft Und dann haben sich hier die Wand gequetscht Die sind beide auf mich draufgehofft Ja, die sind beide auf mich draufgehofft Ja, die sind beide auf mich draufgehofft Ja, die sind die Leute beschweren sich hier die ganze Zeit Das ist am lecken Ich hab euch schon wieder berührt Das kann doch nicht wahr sein Alter, wie lange wollt ihr darüber reden? Das ist das Spiel Ihr habt das immer noch nicht verstanden Ich bin tot Was? Ich hab die Dingswelle gegeben und bin tot Ja Was? Leute, die verstehen das Spiel nicht Das ist echt schlimm Ich bin der Host Ich hab Host-Vorteile Ihr müsst so spielen Dass ihr denkt, ihr würdet mich treffen Ohne, dass ihr mich trefft Achso Ich hab gerade Der Host ist nicht in meinem Vorteil Wie wir diverse Male gesehen haben In Offline-Matches Habt ihr das richtig gemacht, so Cole? So Bitte? Ich bin gerade auf deinen Kopf gelaufen Du bist doch wieder auf deinen Kopf gelaufen Du musst draufhüpfen Oh mein Gott Tschüss, tschüss, tschüss Du hast dem Cole nicht zugehört, Maeve, glaube ich Ja Du musst einen richtigen Moonwalk auf den Kopf machen Genau, einen richtigen Boomowalk 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 Du müsst ein bisschen fischig sein und so Warum? Ist keine Farbe mehr lila Dankeschön GG Geht doch nicht auf mich Du bist ja mit dem Cole nicht Ich gewinne in Kana-Grade-Fastigung Wie meint ist auf dich gegangen? Alle auf Cole Ich hätte nicht mehr jemand wahrgenommen Auch wenn es sich vielleicht für dich so anfühlt Alle auf Cole Alle auf Cole Maeve war dabei, hä? Was? Ich hab auch nichts mehr gesehen Oh Mann Hier ist mir dasselbe Oh Mann ey Ach Moggi, wir gehen die Hand in Hand Geh mir jetzt hier Jemand hat sie wahrgenommen Unser Umgegode an Scheiße Jawoll, danke Ach scheiße, ich bin unbegrüßt Oh, Errungenschaft freigescheißet Appetit Moggi Ja bitte Was? Ach, wirklich Kann nicht mehr, Alter Das ist mir zu hart Links unten Oh unfair Du bist schon down Aber mir verschwindet Ich hab den Rückweg nur eingehalten Wie schnell die Dinger Die Candys Der schmeckt so lecker, ne? Das hat geruckelt Das Bett hat auch geruckelt auf dem Balkon Ah, ich lebe noch Okay Los, Maeve, mach ihn Mach ihn, Maeve, mach ihn G, 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 G G Er hat einen guten Tag Was ist denn los mit euch? Ihr seid so scheiße, oder? Dieses Spiel gewinnt da nie Äh, das hab ich auch schon voll auf gewonnen Ihr seid auf mich raufgesprungen Ich betonen Das war ein bisschen stompi Was? Nein, was? Das ist unfair Ich bin die ganze Zeit weitergelaufen Und dann die Koppel Go, go, Maeve, komm Go, go Also so ist das Spiel, glaub ich Links ist Cornel down Halt die Fresse, was heißt denn hier, ey? Bin ich bei euch einfach stehen geblieben? Äh, ja, so bist du Du bist irgendwo hängen geblieben Hä? Ich hab auf den falschen geguckt Ich hab die falsche Farbe angeguckt Njam, 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 njam Du musst auf seinen Knochen trocken Oh, nee Njam, 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 njam Ja, Mann, ich seh das nicht immer sofort Das ist echt schwierig Blowaway kann ich nicht Doch, die Map kann ich Die Map kann ich Oh, scheiße Richtig ça Ich wollte meine Eric Hoare Boah, er hat meine Taktik angewendet Ich bin so stolz auf dich Der verdammte Brotkönig Dafür darfst du heute Abend mal nicht aufm Balkon schlafen. Ich bin der Brotkönig. Wapp, 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 wapp. Kommt da rein, wir gehen außerordentlich knusprig Salz. Oh man, scheiße, scheiße, scheiße. Köstlige Stullen von SJ. Ich bin viel zu beschäftigt außerordentlich. Danke, GG! Das ist so unfair bei mir, aber wieder. Egal, ich hör auf mich drüber zu beschweren. Ich kann nicht gewinnen, weil ich viel zu beschäftigt bin außerordentlich knusprig zu sein. Köstlich, knusprig. Was? Oder so. Was ist das? Verpiss dich! Oh, jetzt ist wieder. WTF? Ich dachte, du wärst schon tot. Fuck Maeve. Das? Fuck Maeve. Sollen wir das wörtlich nehmen? Geh zu ihm rüber. Boah, aber das ist voll weit. Liebe. Wenn die Bombe kribbelt in deinem Bauch. Ja, von mir. Tja. So läuft das im Taliban-Business-Made. Ja, dank vom Taliban niemand und wenn er kommt, dann bombardieren wir. Laufen wir davon. Die Map kann ich nicht, die verstehe ich nicht. Wenn man hier in der Mitte ist, kann man niemanden töten. Au. Boah, Alter. Boah, du Volltrottel. Gute Leistung von deiner Seite aus. Ich hab mich verguckt. Ich hab verguckt. Ich kann das erklären. Willst du schon mein letzter Punkt, den ich hier holen muss? Ja, du brauchst noch einen Punkt. Ja, dann würd ich sagen, GG. Dankeschön fürs Zuschauen. Alter, guck mal, der macht schon wieder die ganze Scheiße da. Mach doch mal Korn. Richtig eklig. Ja. Ja, er hat doch schon 50 jetzt. Alter. Der hat jetzt gewonnen. The. Fuck. Yes, und ich hab Achievement. Ach, scheiße. Anstatt ihr lauft und die Dinger weg macht, lauft ihr alle gegen mich und wir stehen alle. Wir hatten gar keinen Plan. Da war ich nicht ausgereift. Ach ja. Dankeschön fürs Zuschauen. Guckt auch bei den anderen Barts vorbei. Dankeschön fürs Mitmachen. Möchtet ihr noch was sagen? Bei mir könnt ihr ja reinschauen. Tinkt mich Kornel. Kornel stinkt richtig hart nach Scheiße. Hört ihr das? Kornel. Kornel. Kornel rufen die. Na ja, meine Fans. Dankeschön. Ich komm gleich Autogramme. Komm, wir machen jetzt Autogramme. Tschüss. Wir sehen. Kornel hat dem Kanon sein Afo, weil da Läuse sind. Tschau. Das werde ich gegen mich verwenden.